Oh, warum kann er das hier hinten jetzt? So, wer nervt mich jetzt die ganze Zeit hinter dem Scheißberg? Ja, genau, so wollte ich das. Da muss man dann auch echt mal den Bescheid sagen, dass das so nicht geht, Allah. Da muss man die halt auch wegschießen, die Jungs. Schon wieder einer hinter dem Berg. Komm her. Du hast jetzt einen ab. Du hast jetzt einen ab. Das nützt nix. Irgendwo ist ja halt noch einer da. Soll mich das jetzt beeindrucken? So, und jetzt haben wir mich hier auch gut aufgewandt. Jetzt sind sie nur noch einzelne, glaube ich. Und der eine hat doch auch schon nicht mehr so viel Leben. Yes, Sir. Damit haben wir die Map, denke ich mal, ganz gut gesäubert schon wieder, ne? Und das auch mit einem guten Tempo, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, ganz am Anfang. Da hast du ja, hat man ja echt lange gebraucht, ne? Da hat das ja echt lange gedauert, einfach. Oh, was ist das? Ein gelber Topaz. Alles klar. Ähm. Du musst die auch machen. Wem soll das denn nützen? Kein Platz mehr. Boah, die muss ja richtig gut planen. Kein Platz mehr. Gar kein Platz. Oha. Es gibt wieder Geld, wenn ich das alles verkauft habe. Stationen wieder mitnehmen. Oh. Ganz nett. Aber unnütz. Alles voll. Kenn ich nicht. Kennt er nicht. Wem soll das denn nützen? Ganz nett. Aber unnütz. Plus sechs. Plus sechs. Ist nicht verkehrt, auf jeden Fall. Könnt ihr weg? Kein Platz mehr. Müssen aber echt verkaufen demnächst. So, erstmal gehen wir jetzt zu dem Obelist. Heißt er Obelist? Obelist. Was steht hier denn drauf? Gar nicht. Alles klar. Oder habe ich den schon mal gemacht? Daran kann ich mich persönlich jetzt nicht erinnern. Habe ich die Tour aufgemacht? Ja. Ähm. Hier müsste ja vielleicht zu Ende sein, die Landschaft. Hier ist auch nichts mehr, ne? Nö. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Hier ist halt einfach nichts mehr. Harmon D. Ist da noch. Hm. Sieben Tage entfernt. Alter. Ja. Es ist doch in Ordnung. Wir wissen doch, was da jetzt hingeht. Und was hatte ich denn noch gesehen? Ich hatte doch noch irgendwie so ein... Art. Hm. Toa gesehen oder so? War das ein Toa oder was war das? Ich hätte doch vorhin noch mal was gesehen. Hm. Ähm. Ah. Kann ich jetzt so? Weiß ich es nicht mehr. Dann machen wir aber trotzdem mal Wasserwandel an. Äh. Und gucken uns das hier hinten nochmal alles an. Das ist aber auch nicht fertig geworden. What? Boah. Echt viel. Echt viel mitgenommen. Oh. Boah. Oh. Oh. Da, 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 da. Ne. Also hier. Ist halt nichts so besonderes. soll hier nicht auch noch irgendwo so ein Schrein sein, dass man permanent auf irgendwas hochkommt, irgendwelchen Platz? Ich glaube schon. Naja. Erstmal müssen wir jetzt hier vernünftig hochkommen, aber kommst du nicht. Gehen wir halt den altmodischen Weg. Ähm. Und zwar über diese Brücke hier. Da hoch, genau. Und dann rechts und dann links immer bei der Statue. Leerer Kessel. Haben wir auch reingeguckt. Was sind wir nur noch hier längs? Ähm. Welchen Tag haben wir denn heute? Sonntag? Aha. Könnten schon wieder andere Kopfgelder sein, ne? Ach ja, das war ja auch Jügelgrab. Da? Was war da drauf? Was war da hinten drauf? Machen wir mal Federfall und dann können wir hier nicht einfach runtersprengen. Wasserwandel ist nicht mehr aktiv. Ähm. Ach so, das war der Obelist. Und hier auf den war da nichts mehr. kommt hier halt einfach so behindert hoch. Also wirklich nichts ist. Echt Macht. Sehr, sehr bescheid gemacht, das Ganze hier. Ja, zum Teil. Der ist immer noch ein Geist. Ich muss auch keiner zählen, ne? Das wir wirklich So viel da rum kriegst dann. Ähm. Oh, da liegt noch recht viel. Ich glaube auch Gold, was ich da hinten gesehen habe. Das nehmen wir natürlich mit. Und ein Schwert, was wir nicht brauchen können. Wem soll das denn nützen? War klar, dass wir das nicht, dass wir das nicht brauchen. Ähm. Oh, auch nochmal zwei Geister. Sollten wir aber schnell wegbekommen. Wollte kein Problem sein. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Komm schon voll nicht neben die Brücke, doch. Feld auch neben die Brücke. Hab keinen Bock, weil jetzt runter das aufzusammeln. Was war hier vorne drin, ne? Nur das. Dann können sie ja... Wir machen bald auf. Wann machst du... Machen die denn auf? Wie spät ist das jetzt? Sucht ihr etwas? Haben wir doch alles ganz gut verkauft? Die... oben noch. Danke für... Wem soll das denn nützen? Das ist da rein. Das muss vorbereitet werden. Alles klar. Hat er gemacht. Was behalten wir noch? Verkaufen. 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 Die nicht. Die nicht. Das Schild. Keinen Platz mehr. Du hast auch nicht mehr genug Platz. Kenn ich nicht. Wem soll das denn nützen? Pff. Wasserresistenz-Komp. Kriegst du einfach mal. Da liegt ja auch noch ein Schwaden. Ja. Zack. So. Ist ein besonderes drauf gewesen. Nö. Sucht ihr etwas? Danke für euren Besuch. Nö. Die besten Rüstungen. Verkaufen. Das muss verkaufen. 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 Auch verkaufen. Verkaufen. Das kann er nicht. Weil die ganzen Ärzte müssen dringend hier rausräumen. Nicht, dass ich die Augen auf den Kopf. Schicksal. Auch von Schicksal. So. Dann. Eigentlich ja nur noch jetzt. Zu dem Rammschladen. Der hier eng war. Meine ich. Genau. Hallo, wie geht's euch? Hallo, wie geht's euch? Hm. Da haben wir echt gleich die 500 Gold zusammen. Ich würde jetzt gerne noch schauen wegen... Ach ja, die Axt wollte ich auch nicht hören. Die Axt wollte ich noch lernen. Schnell, 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 schnell hin. Hier hin. Sucht ihr etwas? Axt. Tada. Danke für... Fähigkeiten, die Axt hoch machen. Nehmen wir da und die Axt anlehen. Nice. Sucht ihr etwas? Ach, scheiße. Jetzt habe ich hier... Tatsächlich? Äh. Es meckert uns an. Keine Läscher. Die besten Rüstungen. Ich muss hier ja auch nichts verkaufen. Doch das Schild. Bis bald. So, dann kann ich das nämlich da hinnehmen. Das verkaufen. Das gibt auch nochmal richtig Geld rein. Die besten Rüstungen. Bis bald. Und ich denke mal, jetzt sieht das schon mal ganz cool aus mit zwei Waffen in der Hand. Jetzt müssen wir die Kopfgeld-Scheiße mal lösen, wo wir das finden. Was das hier in der Stadt auch gibt. Komm mal ab, bitte. Geht das wieder los? Erdmagie-Experte, das können wir schon. Falschen-Experte, das können wir auch schon. Ja. Könnte das eigentlich sein? Nein. Oh, was ist denn hier? Hier müsste das Königssaal, ne? Ja. Das war das Königssaal. Hier unten war... Willkommen in der Herdgilde. Todesblüte. Wirft einen magischen Stein in die Luft, der in einem Kreis aus Spittern explodiert. Okay. Ist auch nicht schlecht. Toll. Stein zu Fleisch. Verlangsamen. Alles nicht so, dass wirklich war. Hau ab! Ich hatte dich nach dem Hallo. Oh. Oh. so das brauche alles gürtel kann und nicht erkennen muss soll das denn nützen das kann weg das kann so vieles weg das kann weg der ring weiß ich noch nicht wahrscheinlich auch wem soll das denn nützen die tränke war ich noch mal das kann auch weg die tränke hier so viele lebensdrecke brauche ich nicht den ring brauchst du den ring brauchst du das musst du auch nicht auch nicht alles nicht so richtig mitbekommen auch alles weg hier weg alles weg ist raus das kann aber bald so echt wieder viele ärzte ihr inventar erst mal beleben wir sie kurz wieder die besten rüstung du redest doch nicht mit alle geizte ich habe immer so viele sachen so auch weg auch weg auch weg was das was habt ihr alle für handschuhe das bessere haben alle bessere anschau ja ist der scham die schambrust aus der scham keinen platz mehr verkauft werden man es passt nichts nichts passt hier irgendwie mal zusammen die ganze drecke alle weg kein bock mehr auf tränke hätte bestimmt bereuen aber es sind zu viele nicht nicht kein platz mehr kein platz mehr gut dann machen würde ich jetzt gleich mal leer wieder ganz nett aber unnütz die besten rüstungen jetzt schon 11.000 das ist halt zu den waffen kommt wieder sucht ihr etwas jetzt zum rahmen schlagen so genannte nur die besten zutaten echt viel geld hier geht es sehr gut weg wenn ich dich sehe und was alles verkaufen kann den ganzen scheiß hier gut jetzt das alles noch zu ihr den tragen auf jeden fall nicht das kann noch alles weg das schild kann weg das kann sie eigentlich mal haben dann hat er nämlich hier noch mal mehr platz das war jetzt auch noch als bei du wie viel ist so ein pilz wert 500 dann behalten wir den lieber mal das buch vorherigen kannst du haben er diese scheiß schrift toll ne das scheiß spiel der kann das nämlich so oder wir machen so guck mal hier zack 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 das so das da unter hä du musst doch da hin können da musst du doch hin können hä er macht ja keinen sinn du musst du musst du musst du doch warum passt du da nicht hin passt 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 einfach nicht hin ok da passt du da nicht hin komisch jetzt geht's ok kannst du nämlich hier oben und du da hin ähm darf sie doch mal kurz verkaufen verkaufen zack 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 danke und den Rest bei den Rüstungshändlern und Schwerthändlern die besten Rüstungen bis bald kommt sucht ihr etwas äh verkaufen das ist schwer verkaufen danke für euren wollen wir jetzt noch mal kurz in die Kneipe gehen ja ne was kann ich euch bringen gute Nacht so essen müsste lang können wir jetzt eigentlich wieder raus und zurück äh mach du mal schnell hier dein Federfall an du dein Wasser wandel und dann gehen wir hier schnell rüber so ab 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 es ist halt komplett angenehm so zu laufen ne wenn wir erstmal den Magier hoch haben und den Bogenschützen auf Meisterschütze haben ich sag euch direkt fliegen lernen und so und dann kann man so schön reisen wirklich alles klar wir sind jetzt in der 9 von der 9 kommen wir in also wir müssen ja in den ab rein wir sind jetzt hier in der 9 da sind wir ähm dann kommen wir in die 5 von der 5 kommen wir in die äh was haben wir denn alles frei gemacht in die 2 rein von der 2 kommen wir in die in die 7 rein oder in die 12 rein aber es bringt uns nichts ähm wo ist denn alles an da ist an ok könnten wir ja in die 4 von da können wir in die 4 äh ne von da können wir in die 4 von da können wir nicht längst hin lass uns in die 5 da gehen wir jetzt äh folgendermaßen wir gehen jetzt in die wir sind jetzt ja hier in der 9 wir gehen jetzt in die 2 dann gucken wir weiter wir machen das schon wir machen das ohne Map wir gehen jetzt hier in die ach können wir eigentlich in die 2 äh gehen wir in die 5 das habe ich nämlich alles schon leer gemacht äh hier ausgehen wir in die 2 das habe ich auch alles leer gemacht hier gehen wir einfach mit speichern in den Raum wo sind wir jetzt? in der 6 von hier aus müssten wir eigentlich irgendwie ah da die ne wir sind jetzt in der 11 und gehen jetzt in die 6 ja hier ist richtig hier ist nämlich auch der der Raum da müssen wir hin machen wir uns mal wieder hoch Heldentum rein ähm Segen rein magisches Auge rein äh dann könntest du noch Schutz gegen Magie rein machen speichern den nach unten machen und da rein hier werden direkt welche sein soll mich das jetzt beeindrucken? aber sollten wir schnell umhauen können 58 Schaden durch Skeleth soll mich das jetzt beeindrucken? sehr einfach bisher noch sehr einfach bisher noch oh ein weißes geistes gespenst gibt aber noch eine stufe stärker ich meine rot das ist die stärkste stufe oder so diese Viecher ne die mir so offen sagt die können halt nichts die sind aber immer da denn lieber dieses Skelett Ritter die mag ich lieber 1356 Gold oh ich bin goldtechnisch echt gut aufgestellt jetzt im Moment ne muss man einfach mal so sagen soo was ist hier unten Unhold Unhold klassischer Unhold die haben sich doch gerade hoch bewegt die waren doch gerade eben unten oder nicht ah die sollten wir schnell schaffen äh wir haben ja auch Schutz gegen Magie deswegen können die uns eigentlich nichts bis auf halt vernichten oder komplett zu stimmeln oh ja würde ich gerne nehmen was ist hier drauf gar nichts sonst ist hier nichts in den Raum einfach nichts weiter einfach nichts weiter die haben sich doch safe gerade eben hoch bewegt hmm ging ganz gut schnell ne oh ich soll entschuldigung ich muss kurz was gucken ok 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 wir sind hier noch richtig ähm wem soll das denn nützen ich ich will bessere Handschuhe ich will bessere Handschuhe das Sex bringt uns nicht mehr so viel warum ist das denn hier dunkel wir können ja mal Fackellicht anmachen mal gucken was uns das so bringt einfach mal die Fackell wem soll das denn nützen easy äh wem soll das denn nützen weiß ich nicht dir vielleicht nein äh dann haben wir das eigentlich alles ganz gut erkundet hier schon den Raum nochmal aufmachen ich kann nochmal irgendwo muss es hier ja noch so ein secret Raum geben irgendwo muss es hier noch einen versteckten Raum geben ich weiß halt noch nicht genau wie was ist das denn hallo mein Schüler ich sehe ihr habt die richtige Kruft gefunden jo irritiert äh pardon lome erreicht euch auf den mentalen Weg meine Glückwunsche ihr jungen Aspiranten meine letzte Weisheit als Mönch die ich euch mitgeben kann ist diese hier Erleuchtung wird durch die Reise nicht durch das Ziel erlangt an diesem Fall war das Ziel aber nötig um eure Fähigkeiten für eine solchen Reise unter Beweis zu stellen ich werde alle Mönche von euch zu zu initiierten und alle anderen zu unglaublichen irritierten herzlichen Glückwunsch wuuh zack heute schon mal erstes Tagesziel erreicht super geil trotzdem gehe ich nicht damit los dass hier nichts mehr ist nein 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 da ist doch noch irgendwo ist hier doch noch was wir gucken uns auch einfach nochmal den Raum hier an ähm ist das es ist hier nicht mehr ok 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 denn ist hier halt auch ein und sonst ist hier noch irgendwie ein interessanter Raum nö gut einfach jetzt nochmal rauskommt auch rausfinden hier aus dem Dabyrinth und dann haben wir diese Tempel oder Gräber nimm fertig die Siegungen würde ich mal ganz ehrlich gesagt sagen soll mich das jetzt beeindrucken müssen ja nicht immer gleich so viel sein ne aber ok wir wollten es ja auch irgendwo so ne kratzer ist zwar nur ein kratzer aber kümmere dich drum ja gar nichts würde ich sagen ja 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 war das schon alles war das schon alles super schnell wieder umgehauen da oben noch die schnell weg machen weiß gar nicht ob man da oben hoch kommt die beiden sollten dann auch schnell weg sein da kommen noch welche denke ich mal schnell weg ja ich bin die da oben vielleicht ich bin trotzdem weiß ist geräusch der beim plündern finde ich auch richtig gut so hier unten sind auch viele die schädermäuse weg machen halt noch durch hier unser die runde noch durchschalten kommt ja die fledermäuse kommen nicht ran jetzt aber schnell weg keiner mehr drauf gehen bitte selbst unser krieger ist und dann haben wir nur noch ein einzigen raum hier und dann können wir weiter raus wo heilen wir uns aber noch mal sehr gewaltig hoch und fehlt noch mal regeneration und dann sollten wir das da unten recht einfach schaffen das sind nämlich recht viele hier oben ganz ehrlich gesagt sollten wir auch hinbekommen auch noch mal so viele freundlich auch sehe ich dich ganz so nach kratzer aber kümmere dich ich glaube haben wir hier alles können wir den nächsten rauben wir haben auch schon wieder so viele tränke ne alter einfach zu viel was man jetzt an tränken bekommt es geht jetzt diesmal kaufen wir trotzdem die ganzen lebensstränke brauchen wir nicht alle die mann auf direkt behalten wir auch lähmung bin ich ehrlich kriegen wir weggehielt irgendwie aber naja feuerring behältst erstmal du das hast du ja schon erkannt wem soll das denn nützen das kennst du alles hier erkannt der nämlich auch weg 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 hä was soll das denn sein erwachen erwachen zack zack ich denke mal das noch alles hier keine ahnung dass er es kennt er oder sie noch gar nicht wem soll das denn nützen das ist der feuerring das sind ihre stäbe das kommt auch alles weg weg auch weg auch weg ach nee komm das schiffen müssen wir noch mal behalten aber die kommt die noch weg hier so schaut es ja schon wieder einigermaßen okay aus jetzt müssen wir müssen wir natürlich wissen wo wir sind spiel speichern von da kommen wir da gehen wir raus nicht ganz richtig aber ist das ja auf jeden fall ich sag bevor wir hier raus sind haben wir jeden dieser rolle durch gemacht ist sondern kratzer kümmere dich darum bisschen schneller können wir tatsächlich jetzt noch fallen noch mal heilen auf dich selber bitte und jetzt sollten wir gut durch die runden kommen soll nicht das jetzt machen was macht ihr da oben eigentlich schon alles geworden sind wunder wie letztlich nochmal anscheinend brauchen wir nochmal ein magisches auge neu aufgesetzt aber dann kommt echt gut schaden rein wenn man mal unten drauf achtet jetzt 8 7 46 natürlich klar unsere magier und kleriker haben halt noch nicht die nahkampfwaffen ist ja bisher denn ganz logisch dass sie halt einfach noch nicht so richtig rein kloppen das ist denn ganz logisch und kratzer ok dann da nochmal gleich aufmachen ist nicht aufgegangen oder nein nur der raum auf der gedreff auf weil hier irgendwo ein schalter versteckt ist vielleicht ich würde jetzt aber keinen sehen ich habe eine idee müssen hier auf klicken dann geht das zu wenn wir hier auf klicken geht der auf jetzt 1 plus 1 2 mal wieder außer beweis gestellt da haben wir den hau auf wieder fertig egal irgendwie habe ich das in erinnerung dass der vierer raum ausgang hatte irgendwann waren wir hier bestimmt mal kam von da müssen da nichts hier waren wir doch auch schon hier waren wir auch schon wir gehen jetzt drauf zeigen wir einfach rückwärts das was wir vorhin gemacht haben kamen wir nämlich von da waren dann hier drin und kam von da oder auch nicht der den raum müssen wir dann auch wieder machen ja das ist ebenso da da Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ......